Frosty Mug Frosty Mug Ja, wenn du diese Weihnachtsverschenkung haben möchtest, dann poste einfach eine Videoantwort unter diesem Video, wo du mir einen kleinen Gruß hinterlässt. Also, hi Basti, ich würde mich über die Weihnachtsverschenkung freuen, wie immer also. Und mit ein bisschen Glück bekommst du dann die Weihnachtsverschenkung. Ja, zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich dann bekannt geben, wer der oder die Glückliche ist. Und ja, wenn du gleich auf die 24 klickst, gelangst du zur Übersicht meiner Weihnachtsverschenkung zurück. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Video. Ciao, dein Wohnprinz Bastian. Ciao, dein Wohnprinz Bastian.